Digitale Ökonomie, das merkt man schon an den Darstellungen, ist ein vielseitiger Begriff. Vielleicht auch ein Begriff, den man missverstehen kann. Soundcloud würde den vielleicht anders definieren als Konrad von Löhneisen. Die Kulturarbeiter, das auch. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb ich gerne von Ihnen hier in der Runde erstmal in einem Roundup wissen möchte. Was verbinden Sie mit diesem Begriff? Und ist er für Sie missverständnisrelevant oder nicht? Herr Köster. Ich glaube, es funktioniert. Ja, wunderbar. Ja, ich glaube, die Musikindustrie steht schon vor großen Herausforderungen. Wir im Europäischen Parlament versuchen natürlich auch Antworten zu finden auf die Digitalisierung der Musikbranche. und es ist ja gerade auch dargestellt worden, dass es da grundlegende Veränderungen gibt, auch was das Nutzerverhalten betrifft und dass man dazu auch europäische Regelungen finden muss. Und ob es Streamingdienste sind, ob es die Downloadprozesse sind, zeigen eigentlich, dass neue Geschäftsmodelle auch entwickelt werden müssen, um hier eben auch Antworten zu finden. Und das, was ich gerade eigentlich ganz interessant fand, war, dass es ja durchaus auch Geschäftsmodelle gibt, bei denen eben die Kulturschaffenden durchaus ja insgesamt in prekären Lebenslagen sich befinden. Gerade auch im Ruhrgebiet gibt es durchaus Entwicklungen, die ich also zumindest so wahrnehme, wo versuchen junge Künstler so Netzwerke aufzubauen und auch im Ruhrgebiet bestimmte Dinge zu entwickeln. Allerdings muss das Urheberrecht, glaube ich, auch Antworten geben auf europäischer Ebene, wie Musiker verlässliche Einkommen erzielen können. Das heißt, es geht auch um die Frage der Verteilung des wirtschaftlichen Reichtums im Internet und da sind die großen Internetplattformen diejenigen, die den größten Anteil des Reichtums für sich erzielen. Und wie können wir eigentlich auch eine Haftung der Internetplattformen hinkriegen, dass da eben ein Teil der erwirtschafteten Gewinne zugunsten der Kulturschaffenden umverteilt werden? Das ist die große Frage und eine Regelung, wie das gerade auch vorgeschlagen wurde, dass Verwertungsgesellschaften eben auch bei den großen Plattformen eine wichtigere Rolle spielen, damit die Kulturschaffenden eben da ein Stück weit mehr von diesem großen Kuchen abbekommen. Das ist eine wichtige Aufgabe, an der wir als Europaabgeordnete versuchen, zumindest etwas auf den Weg zu bringen. Bevor ich Herrn Rolf-Buddel weitergebe, meine direkte Frage. Das ist richtig, das ist wichtig, aber wie kann das konkret passieren? Bisher ist ja eher der Eindruck da, dass die großen Plattformen oder dass die Internetökonomie, wie wir sie kennen, jedwede Form dieser Bestrebungen mehr oder minder im Keime erstickt. Ja, das ist die große Herausforderung, mit der wir uns im Parlament jetzt auch beschäftigen. Auch die Kommission tut sich schwer, da entsprechende Vorschläge zu machen. Wir hören natürlich immer wieder auch aus der Kommission Aussagen, dass wir den Monopolisten dieses Geschäftsfeld nicht überlassen dürfen. Aber was die konkreten Vorschläge betrifft, ist Herr Oettinger und auch Herr Ansip aus der Kommission noch relativ zurückhaltend. Herr Oettinger, habe ich zumindest den Eindruck, hat zumindest ansatzweise die soziale Lebenslage von Kulturschaffenden auch im Blick. Aber er ist jemand, und da würde ich gerne den Gedanken von Ihnen, Herr Gorni, nochmal aufgreifen, dass Sie gesagt haben, dass wir eigentlich vor einer Richtungsentscheidung stehen. Wird eigentlich die Veränderung des Internets zu einer Entwicklung führen, die vor allen Dingen über den Markt gesteuert wird? Oder ist das vor allen Dingen auch eine Aufgabe, die gemeinwirtschaftlich letztlich auch gelöst werden soll? Das sind so grundlegende Fragen, die die Frage auch aufwerfen, was so ein Leitbild für eine Veränderung des europäischen Urheberrechts ist. Und da, finde ich, ist Herr Oettinger sehr technokratisch orientiert, eigentlich orientiert an dem, was existiert. Also Stärkung des europäischen Binnenmarktes, grenzübergreifende Geschäfte zu ermöglichen. Und ich finde, da müssen wir einen ganz anderen Ansatz wählen. Wir müssen das europäische Urheberrecht auch in die Richtung entwickeln, wie soziale Anliegen, wie demokratische Anliegen stärker in den Vordergrund gestellt werden können. Und das kriegen wir sicherlich nicht über den Markt hin. Der Markt alleine sorgt nicht für eine faire Bezahlung von Kulturschaffenden. Da müssen sozialpolitische Interventionen erfolgen. Und an diesen Fragen arbeiten wir noch im Parlament. Die Kommission tut sich schwer. Sie hat jetzt einen ersten Vorschlag gemacht mit dem Thema Portabilität. Oettinger folgt dem Ansatz, was ist vielleicht am leichtesten politisch auch durchsetzbar? Wo gibt es am wenigsten politischen Widerstand? Das Thema Urheberrecht ist ja eben auch ein sehr umstrittenes, wo es unterschiedliche Akteure gibt, die man gegen sich aufbringen kann. Und er glaubt, das Thema Portabilität ist eines, das relativ technokratisch bewältigt werden kann, um da einen ersten Schritt zu gehen, um hier europaweit eine Regelung zu finden. Rolf Budde, hat das, wir sehen ja gerade, Dietmar Köster hat das ja sehr gut dargestellt, wo auch die Probleme bei einer Gesamtbetrachtung dieses Begriffs digitaler Ökonomie liegen. Hat das auch was damit zu tun, dass es eine eingebaute Ignoranz der Bedeutung der Inhalte für jedweder Entwicklung dieser Technologien gibt? Ich glaube, die Problematik liegt darin, wir haben uns ja auch schon mal über das Thema unterhalten und die Frage ist sozusagen, wer ist eigentlich jetzt dran? Und ich empfinde so ein bisschen, immer wenn ich nach Brüssel komme, merke ich sozusagen diesen enormen Druck, der da stattfindet, der verschiedenen Lobbyisten. Natürlich wissen die Googles dieser Welt ganz genau, dass wir diese Gespräche führen, dass wir unsere Sicht der Dinge bei Ihnen auch als Mitglied des Parlaments deutlich machen. Und wir erwarten eigentlich jetzt Aktivitäten, Sie haben die Problematik dargestellt. Ich denke, klar, Urheberrecht ist ein Thema, worüber diskutiert wird, wo man auch diskutieren kann. Aber ich denke, die Frage der Kontrolle der Inhalte, die über Google und Co., Facebook und wie es alles ist, diskutiert wird, ist jetzt zu entscheiden. Und spätestens mit den Themen Terrorismus und was alles noch im Netz verbreitet wird, ist die Frage, wer ist verantwortlich für die Inhalte. Und die können eben nicht nur aufgezeigt wird, ja wir sind ja nur ein Portal, wir bilden nur das ab, was bei uns eingestellt ist, sondern alle die, die sozusagen mit den Inhalten Geld verdienen, sind verantwortlich für den Inhalt und da müssen sie auch gerade stehen. Zum einen mit verbotenen Teilen, zum anderen die, die damit Geld verdienen, die müssen auch das honorieren. Und ich glaube, lieber Köster, da ist das Entscheidende, dass das Europäische Parlament den Handschuh aufnehmen muss. Wenn die Kommission, Sie sagen es ja, die sind da alle ein bisschen zäh und so, gut, aber die Entscheidung treffen Sie. Und ich glaube, da müssen auch fraktionsübergreifend Dinge auf den Weg gebracht werden, wo einfach mal das Thema benannt wird und gesagt wird, nie hatten wir so eine gemeinsame Solidarität, wenn ich jetzt einfach nur an Frankreich und Deutschland denke, wo wir gerade in diesen Themen so einheitlich denken, das ist schon mal in europäischer Sicht extrem wichtig, dass zwei große Nationen da eigentlich in einem Schritt gehen. Und da denke ich, da sind Sie jetzt dran. Warum besprechen wir das alles? Ich denke, wir, die hier anwesende Musikwirtschaft, als ein Teil der Kreativwirtschaft, und das wird auch mein dauerndes Plädoyer bleiben, muss sich in die Gesamtdiskussion einbringen, weil sie sonst alleine verlieren kann und weil sie sonst, wenn es um Daten geht, sowohl ökonomisch verlieren wird und automatisch nicht der Treiber sein kann, der sie ist, weil sie eine der Branchen war, die die digitale Konfrontation als erste erlebt hat und vor allen Dingen Schlüsse daraus gezogen hat. Schlüsse daraus gezogen hat, was Angebote angeht, Schlüsse daraus gezogen hat, was Erfahrungen angeht. Und deshalb glaube ich, auch für den politischen Prozess ein wichtiger Partner ist, selbst wenn es um Bereiche wie Datensouveränität, Datenverwendung, Datenverkauf, E-Health und Ähnliches geht. Was da passiert in der Musik, haben wir gehört. Wir sind gerade eben eingestiegen beim Thema digitaler Ökonomie und ich habe gesagt, wie kommt es eigentlich, dass es so selbstverständlich ist in der politischen Debatte, dass alles, was da auf Plattformen angeboten wird, automatisch umsonst sein muss, selbst wenn sich die Eigner der Plattform dumm und dusselig verdienen. Wieso ist es so schwierig, eine Diskussion herzustellen, die sagt, es ist doch wichtig auf Dauer, dass beide Seiten davon profitieren, denn ohne die Inhalte kann es keine Plattformen geben, ohne die kulturell-inhaltliche Bedeutung, die dadurch entsteht, auch ein ökonomischer Wert, kann es keine Plattformen geben. Ich habe Katja Luca gefragt, woran könnte das liegen? Das war jetzt wieder eine lange Frage. Danke, es war ja genau im Wortlaut nochmal ganz genau so, Gott sei Dank. Also genau, und ich sagte, vor dem kurzen Zwischenfall, wir kümmern uns um Künstler. Also unser Bundesjustizminister hat sich ja nicht umsonst das Urheberrecht nochmal vorgenommen und hat es in vielen Reden ja auch so vorangestellt, es geht um die Künstlerin und den Künstler, also den Urheber, also um die, die das alle machen, warum wir überhaupt hier alle sitzen dürfen, um die kümmern wir uns nämlich oder von denen leben wir, mit denen verdienen wir Geld und so weiter. Wir kümmern uns um verschiedene Dinge. Ein gutes Beispiel ist vielleicht die Band Isolation Berlin, die tollerweise für den Kritikerpreis des Echos nominiert sind, was wir natürlich ganz toll finden. Junge Band, bisschen rotzige Band, sehr intelligent sind, die sind bei einem kleinen Label, das angedockt ist an ein etwas größeres Label, das angedockt ist an Universal, das ist auch für die Band sicherlich gut. Trotzdem konnte diese Band ihr Album nicht finanzieren, weil auch das Label gesagt hat, können wir so irgendwie alles nicht machen. Womit hat das jetzt zu tun? Hat das mit der Verschiebung, hat das mit digitaler Ökonomie zu tun, wo Dinge einfach vielleicht eben nicht mehr funktionieren? Ist am Ende des Tages für uns ein bisschen egal, weil wir vergeben Stipendien und fördern Künstler, von denen wir glauben, dass sie auf dem Weg sind und dass sie Steuergelder, sage ich jetzt mal, ganz doof brauchen, um da weiterzukommen. So, und mit dieser Band funktioniert das gerade super. Die verkaufen gerade alle Konzerte aus, sie sind nominiert für den Kritikerpreis. Ob sie jetzt ihr Album verkaufen, weiß ich nicht. Ob die darauf achten, dass das, wie sie im Netz präsent sind, und ob sie darüber Gelder bekommen, weiß ich auch nicht. Wir haben das große Problem, und ich meine, wir sehen ja auch keine Künstler hier, dass Künstler darüber irgendwie nicht so gerne reden, was total strange ist. Ich wage auch zu behaupten, dass Heiko Maas nicht mit Künstlern gesprochen hat. Hat er? Weiß das jemand? Hat er? Hat er? Ich frage ihn nochmal. Ich weiß es nicht. Wir haben bei unserem Festival Popkultur ein tolles Panel gehabt mit dir, Dieter und Heiko Maas und haben danach mit ihm uns nochmal unterhalten, mit Leuten zusammen, die die Macher sind sozusagen. Daraus ist jetzt ein Abendessen entstanden, was wir demnächst machen werden, was ich wahnsinnig gut finde, dass er Monate später sagt, ja, ich stehe zu meinem Wort und ich will mit denen reden, die es machen. Sei es die Künstler, sei es Clubbetreiber, sei es ein Verleger wie Rolf Budde, weil ich glaube, das ist das, was gebraucht wird, um dieses Feedback zu bekommen. Und ich meine, das ist ja nichts Neues. Künstler wollen von dem, was sie tun, leben. Und gar nichts Neues ist, dass die meisten nicht davon leben können, und das war schon immer so. Ehrlich, in der Literatur, in der bildenden Kunst und so weiter. Die meisten Künstler haben dieses Wollen und diese Inspiration, diesen Ehrgeiz und diese Leidenschaft. Das heißt aber noch lange nicht, dass man von dem, was man tut, leben kann. Und jetzt hat sich die Welt einmal gedreht und die Dinge sind irgendwie ein bisschen anders. Und wir als Musicboard können einfach nur da helfen. Wir haben dieser Band Geld gegeben, damit sie ihr Album machen können. Jetzt läuft das sehr erfolgreich, dann freuen wir uns. Und vielleicht verdienen die vier dann demnächst über die Konzerte und so weiter ein bisschen Geld damit, dann wäre das großartig. Auf der anderen Seite halten wir unser Ohr natürlich in die Musikszene. Wir reden eben mit Conny von Löhneisen oder mit Get Physical, die hier sitzen, und vielen, vielen, vielen anderen. Oder mit Rolf Budde, der in meinem Beirat ist, um uns sagen zu lassen, was braucht ihr und wie können wir euch helfen. Und auf dem Weg der Digitalisierung bei den Musikunternehmen helfen wir den Unternehmen. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, 45 Labels geholfen, ihr Personal so zu schulen, dass sie besser an die Gelder rankommen, die sie über die neuen Wege der Verbreitung ihrer Musik bekommen können. Das sind zum Beispiel Dinge, die wir machen. Das heißt, wir fragen die Musikszene, wenn es so ist, wie es ist, was braucht ihr da von uns? Wie können wir da helfen? Das ist vielleicht die beste Möglichkeit, um Steuergelder vernünftig einzusetzen und sehr schnell auch Ergebnisse zu erzielen. Das ist irgendwie sehr gut angekommen. Wir haben auch gerade neue Runden, wo wir mit Experten aus der Musikbranche darüber reden, was wir dann noch tun können, auch zum Thema Streaming. Das ist das, was wir machen. Da wir ja nicht, ich nicht einem Verband angehöre und deswegen mich ganz anders sozusagen an der Basis selber dran bin und vielleicht dann immer schon mit den Leuten rede, sie zu uns kommen, wenn das Problem da ist oder das Geld nicht mehr fließt. Das ist sozusagen so ein bisschen auch Feuerwehrspielen an der Stelle. Konrad von Löhneisen, was sagt der Unternehmer dazu? Das sind ja Ansätze, die wir im Film organisierter kennen, aber erste Strukturen, um mitzuhelfen, Markt zu entwickeln. Natürlich wehrt sich keiner, im Gegenteil, freut sich natürlich, dass öffentliche Gelder auch in unsere Branche, in Musik fließen. Das ist ja klar. Natürlich ist es noch deutlich weniger als im Filmbereich, ist es aber auch nicht so teuer. Ist ja klar, ein Album zu produzieren, kostet doch tatsächlich weniger, als einen Film zu machen, außer du bist die Happy Monday, da wird es teurer. Aber was war jetzt die Frage eigentlich? Wie du das, was in Berlin mit öffentlichen Mitteln passiert, um auch dort in den digitalen Markt reinzukommen, für junge Unternehmen und Künstler findest, ob das ein Teil der Lösung ist? Na ja, Berlin ist jetzt nicht die Lösung für alles, aber ich hatte das ja vorhin auch erwähnt, natürlich habe ich mich vor 15 Jahren bewusst entschlossen, nach Berlin zu gehen. Ich hätte ja auch nach Nürnberg gehen können, da komme ich her, oder ich hätte nach München gehen können, da sind die Mieten teurer, oder ich hätte nach Frankfurt gehen können, da ist der Flughafen besser. Aber es war für mich zu dem Zeitpunkt damals vor 15 Jahren, vielleicht auch durch den Einfluss von meiner Frau, ganz klar, nee, diese Firma mache ich in Berlin. Das hat Zukunft. Da war damals relativ wenig. Der MTV hatte so eine kleine Berlin-Dependence, wo sie zwei Live-Sendungen gemacht haben, unter Ulmen und MTV Live. Universal ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre später hierher gekommen. Es war für mich eindeutig, dass die Stadt das Potenzial, den Charme, auch den rauen Charme hat, um Künstler, Kreative aus der Musikbranche anzuziehen. Also das war für mich eindeutig. Dass jetzt so eine Digital-Schwanz hier jetzt auch in Berlin ist, das war mir damals noch nicht klar. Mittlerweile hat ja Berlin sogar London und Tel Aviv überholt an der Menge von VC oder Investment, was in die Digitalbranche kommt. Das merke ich selber jetzt nicht wirklich. Bei uns im Haus sitzt zwar auch irgendwie so eine Programmiererbude, die sind alle relativ irgendwie fahle im Gesicht und rauchen Zigaretten im Hof. Aber was die genau machen, weiß ich auch nicht. Aber trotzdem ist es eindeutig, dass hier die Digital-Ökonomie in Berlin relativ stark ist. Herr Dr. Käseberg, es gibt die digitale Agenda der Bundesregierung. Jetzt gibt es die digitalen Aktivitäten des BMWi, die Strategie 2025. Sie als einer, der direkt mit diesen Ordnungssystemen, es sind ja Versuche, Politik in ein Ordnungsenvironment reinzupacken, konfrontiert sind. Wie binden Sie das alles mit ein, auf das es eine fluktuierende digitale Ökonomie gibt? Oder sagen Sie, das ist für mich gar nicht die digitale Ökonomie? Doch, also die Kultur- und Kreativwirtschaft ist definitiv wesentlicher Bestandteil der digitalen Ökonomie. Ich meine, wenn man nochmal Ihre Ausgangsfrage nimmt, was ist digitale Ökonomie? Vielleicht sagen wir in zehn Jahren, wir müssen nicht digitale Ökonomie sagen. Es ist tautologisch, die Ökonomie ist digital. Es wird da keine abgegrenzten Branchen mehr geben. Wir sehen das Verschmelzen von Branchen. Und das gilt ja für die Kultur- und Kreativwirtschaft ganz genauso. Und wir sehen einen wesentlichen Teil unseres Jobs, wenn wir jetzt anschauen, was können wir auch für die Kultur- und Kreativschaffenden tun, die noch stärker zusammenzubringen mit dem, was wir bisher so an traditioneller Industrie oder Ökonomie in Deutschland haben. Die beiden Stichworte, die Sie genannt haben, digitale Agenda und digitale Strategie, vielleicht einfach nochmal, um das zu klären, digitale Agenda, letztlich alles das, was die Bundesregierung an Digitalpolitik vorantreibt. Im Wirtschaftsministerium haben wir versucht, die Legislaturperiode 2017 geht dem Ende entgegen, mal eine Art Bestandsaufnahme zu machen und in die Zukunft zu gucken, mit einer längeren Perspektive 2025, was sind die großen Fragen und wie Sie gefragt haben, letztlich zu ordnen, was denn da an Fragen ansteht. Und da spielen viele der hier aufgeworfenen Fragen definitiv eine Rolle. Vielleicht der zentrale Punkt, der hier auch von Interesse ist, der Ordnungsrahmen, Urheberrecht, Datenschutzrecht, Telemediengesetz, all die Dinge spielen da eine zentrale Rolle. Und das Schwierige bei all den Punkten, das hat die Diskussion hier, glaube ich, auch gezeigt, ist, es gibt schlichtweg unterschiedliche Interessen. Wir sehen disruptive Geschäftsmodelle, wir sehen Unternehmen, die da herausragend gut mit Gewinne machen können, die die Chancen ergreifen. Wir sehen andere, die sich auf den Wandel einstellen und wir sehen in manchen Bereichen ja letztlich tektonische Verschiebungen auch von Wertschöpfung. Und das ist eine Frage einmal, wie kriegen wir diese Art von Innovation in Deutschland und Europa auch hin? Also letztlich das, was hier, ich verstehe all die Probleme, die Google, YouTube, Spotify und so weiter aufwerfen, aber wenn wir ehrlich sind, wollen wir die natürlich letztlich auch in Deutschland haben. Und gleichzeitig müssen wir schauen, dass die unterschiedlichen Interessen, die da am Tisch sind, sei es die, nehmen wir jetzt mal die Musikbranche, die Musiker, die Verwerter, die Verbraucher, die Plattformen, dass man das neu im Lichte der digitalen Innovation, Disruption neu anschaut. Und wenn man jetzt mal ein konkretes Beispiel nimmt, Urheberrecht, eben das ein Stück weit neu auf die neue Zeit einstellt oder das Telemediengesetz, das derzeit im Bundestag liegt. Also ich glaube, die konkrete Herausforderung ist einerseits zu sagen, wir in Deutschland und Europa wollen diese Geschäftsmodelle pushen. Wir wollen die ja auch haben, innovationsoffen und freundlich zu sein und gleichzeitig aber auch immer zu schauen, wie werden hier Kuchen neu verteilt und zu schauen, dass bestimmte Gruppen nach wie vor auch angemessen vergütet werden. Herr Köster, wir haben ja eine Diskussion heute auch angeschnitten, bei der es darum geht zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass die Inhalte von Dritten, mit denen Plattformen Profite machen, lizenziert werden. Das ist die hohe Schule. Also wie kriegen wir es hin, dass dieses Value Gap in irgendeiner Weise zumindest mal diskutiert, wenn nicht gar in eine Balance gebracht wird. Ich frage Sie das jetzt nicht als Europaparlamentarer, sondern auch als deutscher Politiker. Wie ist es denn dann, warum ist das so schwierig, die untere Ebene, die ja auch im Koalitionsvertrag stand, nämlich zu sagen, wir müssen jetzt endlich mal gucken, dass diejenigen, die nachweislich mit illegal eingestellten Inhalten professioneller Art ihre Profite machen, insofern zur Rechenschaft gezogen werden, indem wir sie aus dem Haftungsprivileg rausgehen, aus der Privilegierung, dafür verantwortlich machen, dass sie das mit Sachen tun, die unerlaubt behandeln. Wieso ist das politisch so schwierig, obwohl es eigentlich offensichtlich ist, das überhaupt durchzusetzen, wenn wir jetzt gerade an die TMG-Novelle denken, wie die auch wieder technologisch verwässert wird? Als Zuständiger im Bundeswirtschaftsministerium sind Sie vielleicht dichter dran, um diese Frage zu beantworten, als ich als Europaabgeordneter. Ich will aber noch mal kurz etwas sagen zu Ihnen, Herr Budde, was unsere Rolle als Europaabgeordnete betrifft. Es ist ja so, dass wir als Europaabgeordnete nicht das Königsrecht haben, wie der Deutsche Bundestag, dass die Bundestagsabgeordneten ein Gesetz auf den Weg bringen können. Das Verfahren in Europa sieht so aus, dass das nicht wir als Abgeordnete tun, sondern die Kommission macht einen Vorschlag und wir als Abgeordnete in den zuständigen Fachausschüssen geben dazu die Stellungnahme ab. Das muss dann im Parlament beschlossen werden und schließlich mit dem Europäischen Rat abgestimmt werden. Ein kompliziertes Gesetzgebungsverfahren, aber es ist ein Demokratiedefizit, dass wir als Abgeordnete keine eigene Initiative im gesetzgeberischen Sinne entfalten können. Wir haben als Europaabgeordnete im Parlament insoweit versucht, Druck zu entwickeln, als wir eine Resolution im Juli beschlossen haben, wo wir Eckpunkte für ein europäisches Urheberrecht beschlossen haben, wo wir eben gesagt haben, wir müssen Künstler, Kulturschaffende stärken, wir müssen Rechteinhaber stärken und so weiter und so fort. Das ist auch mit großer Mehrheit angenommen worden. Dann, was die Rolle der intermediären Plattform betrifft. Also dieser Value-Gib ist offensichtlich, wir haben da kein Level-Playing-Field und wie man die Macht dieser Monopolisten einschränken kann, ist aus meiner Sicht die große Herausforderung, aber da kann man auch mit Jan Oettinger darüber diskutieren, wie man diese Dinge in die Wege leiten kann, weil wir eben keinen funktionierenden Markt in dem Bereich haben, weil eben große Monopolisten letztlich das Geschäft bestimmen. Meine Auffassung ist, wir müssen darüber nachdenken, inwieweit wir nicht nur privaten Monopolisten dieses Geschäft der Plattformen überlassen, sondern inwieweit wir auch öffentlich-rechtliche Plattformen realisieren. Also ich glaube, solange Datenverwertung im digitalen Zeitalter den privaten Verwertungsinteressen alleine unterworfen werden, das heißt alleine marktorientiert gesteuert werden können, wird das zu erheblichen demokratischen, sozialen und auch wirtschaftlichen Verwerfungen führen. Wir müssen uns Gedanken machen, inwieweit öffentlich-rechtliche Plattformen eine Alternative sein können und ich glaube, über öffentlich-rechtliche Plattformen könnte man auch Fragen der fairen Bezahlung von Kulturschaffenden, des freien Zugangs zu Informationen durch die Nutzer besser regulieren, als wenn wir alleine dieses Feld den privaten Monopolisten überlassen. Das ist eine große Herausforderung, an der wir rangehen müssen und das ist aber auch keine Frage, die nicht nur technokratischer Natur ist, dass man jetzt irgendwie sich Modelle einfallen lassen muss, um das durchzusetzen. Das ist auch eine politische Machtfrage und man muss letztlich fragen, wie kriegen wir eigentlich sowas wie in der gesellschaftlichen Diskurs eine Sensibilität für die Fragen derjenigen hin, die besonders benachteiligt sind von dieser Entwicklung, nämlich die Kultur und Künstler. Weil der normale Verbraucher denkt, ich gehe auf YouTube, ist geblockt, Mist, ich will das Musikstück hören. Also das ist die spontane Reaktion, wobei ich sagen würde, ja, nachdem ich mich intensiver damit auseinandergesetzt habe und ich auch den Eindruck habe, dass es zumindest in Ansätzen in der Bevölkerung da auch einen Bewusstseinswandel gibt, dass das durchaus eine Berechtigung haben kann, dass bestimmte Dinge geblockt sind, weil auch der Nutzer hat ein Interesse an einem vielfältigen Musikangebot zum Beispiel und um das zu gewährleisten, muss man eben nicht nur die großen Player schützen, sondern eben gucken, wie auch da innovative Prozesse gestört werden können und gefördert werden können. Und innovative Prozesse kriegen wir sicherlich nicht hin in der Musikbranche, wenn es durch große Monopolisten, was die intermediären Plattformen jetzt betrifft, wenn die in erster Linie das Geschäft da machen. Bevor ich an Herrn Käseberg gebe, muss ich eben noch sagen, wir finden es mittlerweile völlig normal, dass Inhalte von Dritten zur Abwicklung ihres eigenen Geschäfts, nämlich Traffic machen und Werbung verkaufen, benutzt werden. Wir sind als Gesellschaft aber geübt, niederschwelligen Zugang zu Kultur zu gewährleisten über Steuergelder. Deshalb kommen sie billiger ins Theater, deshalb kommen sie umsonst in ein Museum. Warum sollen wir nicht auch Systeme entwickeln, die diesen niederschwelligen Zugang auch zu Information und Kultur im digitalen Raum ermöglichen, aber ohne, dass diejenigen, die sie gemacht haben, die sie verwerten, darunter leiden müssen, indem sie sie umsonst abgeben. Also hier geht es ja auch darum, herrschende gesellschaftliche Modelle einfach zu übertragen und zu sagen, wir können nicht so tun, als ist das ein rechtsfreier, neuer, völlig anderer Raum. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den man immer wieder betonen muss. Thorsten Käseberg, direkt. Professor Köster hat, finde ich, eine sehr entscheidende Frage aufgewandelt. Es ist, also tatsächlich, glaube ich, wenn wir über bestimmte Märkte sprechen, wie Suche oder YouTube, mal sehen, wie es mit Musikplattformen generell weitergeht. Es gibt bestimmte Bereiche, wo man auf den Märkten einfach massive Netzwerkeffekte hat. Und deshalb gibt es ja auch das Verfahren der Europäischen Kommission gegen Google. Was kann man tun? Sie haben gesagt, man sollte darüber nachdenken, wenn man dann auch in den Blick nimmt, nicht nur die Inhalte, sondern auch Daten. Wie kann man mit der Art von privater Macht umgehen? Und Sie haben, also in der Analyse, wäre ich da sehr bei Ihnen, aber vielleicht, um jetzt auch die Diskussion ein bisschen zu beleben. Sie sagen, öffentlich-rechtliche Plattformen könnten eine Alternative sein. Ich glaube, das, was Konrad von Löhneisen vorhin gesagt hat, über öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zeigt ja auch, dass die auch eben eigene Probleme aufwerfen. Ich will das damit nicht als Lösung abtun, aber in dem Bereich gibt es aus unserer Sicht, glaube ich, schon ganz gute, ganz klassische, ordnungspolitische Dinge. Es gibt die Wettbewerbspolitik, die ihren Job machen muss. Es gibt die Möglichkeit, über das Urheberrecht die Rechte der anderen, der möglicherweise Schwächeren, zu stärken. Es gibt so etwas wie Zugangsrechte, auch zu Daten, über all die Dinge muss man nachdenken. Ob dann in bestimmten, wenigen Bereichen auch sozusagen öffentliche Plattformen eine Rolle spielen können, wäre die Frage, ich wollte nur in den Raum werfen, dass die natürlich auch so ihre eigenen Probleme mitbringen. Ich springe mal direkt, wir sind ja auch etwas unter Zeitdruck, etwas ganz Konkretes, Politisches, und stelle jetzt eine ganz kurze Frage, Rolf, wurde über Vertragsrecht immer noch wild in der Diskussion zweiter Entwurf okay jetzt? Wenn du da so kurz eine Antwort haben willst, das ist schwierig. Also, ich sage mal so, auch hier im Raum, das war, erinnere ich mich, dass Herr Minister Maas hier gesagt hat, wir haben viele Kritik bekommen, viele Eingaben, wir haben uns befasst mit allen, und wir bitten sozusagen, wenn konkrete Gedanken geäußert werden, dann auch bitte konkrete Vorschläge. Das fand ich eigentlich sehr gut und das haben wir auch gemacht. Wir haben sie detidiert geantwortet und Vorschläge gemacht. Das Hauptproblem, was wir mit dem Urhebervertragsrecht hatten, war natürlich die Rückrufsituation nach den fünf Jahren. Das ist, glaube ich, hier allen im Raum klar, dass einer, der in dem Bereich in der Musik arbeitet, im Prinzip sich dann nicht mehr um neue Bands kümmern kann, um neue Komponisten. Das ist eine Zeit gewesen, die unsinnig ist. Aber seine Stoßrichtung, ging ja in die Ebene der sogenannten Pauschalverträge. Da gibt es Branchen, die überwiegend mit Pauschalverträgen arbeiten und da ging es im Wesentlichen darum, dass die Komponisten oder Werkschaffende, die sich in solchen Verträgen befinden, die Gelegenheit haben müssen, da rauszukommen. Da haben wir dann gesagt, okay, sehen wir ein, hat aber mit uns nichts zu tun, weil im Musikverlagsbereich ist es so, dass wir immer prozentual abrechnen. Bei uns findet eine pauschale Abfindung nicht statt. Das heißt, bitte nehmt diesen Rahmen bitte raus. So ist es umgesetzt worden, das finden wir sehr gut. Es sind noch ein paar andere Dinge drin, da kann man noch darüber diskutieren, aber das war erst mal das ganz wichtige Thema, was uns auf der Seele lag und ist meines Erachtens ordentlich abgearbeitet worden und nun werden wir ja das Gespräch noch mal haben, werden wir mal gucken, aber ich denke, damit ist bei uns schon mal sozusagen der große Klops weg. Ich war nicht bei der Urheberrechtskonferenz, aber weil du sie gerade angesprochen hast, die hat ja am 1. und 2. Dezember 2015 hier stattgefunden, lustigerweise genau hier, wo wir jetzt auch sitzen. Das ist ja erst wenige Monate her und einer der Veranstalter war die Initiative Urheberrecht und die wiederum, ohne dass ich da Mitglied bin oder irgendwas, aber Heiko Maas selbst hat es ja gesagt, das sind die einzigen, die 140.000 kreative Vereine, das ist die einzige Vereinigung, die sozusagen Lobby oder Verband ist da glaube ich schon zu groß, der Begriff, aber es ist dann sozusagen die einzige Lobby, die die Kreativen selbst haben in dieser Initiative Urheberrecht und ohne dass ich da jetzt dabei bin und ohne dass ich glaube, Till Lindemann von Rammstein ist da dabei, ich weiß nicht ganz genau, welche Musiker da drin sind, ehrlich gesagt, und welche Komponisten, aber trotzdem sind ja 140.000 Menschen eine Stimme und die wiederum, habe ich jetzt gestern nochmal nachgelesen, sind am Boden zerstört über den Gesetzesentwurf, so wie er jetzt ist, was wiederum natürlich auch ein Treppenwitz ist, weil lustigerweise reden wir jetzt gerade darüber, wie es jetzt sich entwickelt hat. Du sagst, deine Lobby war stark, ihr konntet dem Bundesjustizminister etwas einbringen und das wurde berücksichtigt von 10 auf 5 Jahre und diejenigen, die diese Initiative hier ergriffen haben, das veranstaltet haben und Frau Grütters, Herrn Gorni, alle hier haben sprechen lassen, Herrn Maas selbst, sind jetzt gerade, sagen so, Leute, was macht ihr das? Das geht gar nicht. Genau auch wegen der Pauschalverträge und im Übrigen gibt es natürlich Pauschalverträge in der Musik, im Games-Bereich zum Beispiel. Das ist Gang und Gebe. Ich meine mal ganz ehrlich, Grand Theft Auto zum Beispiel, riesiges Spiel, GTA, die Musik dafür ist super, super toll. Ich weiß gerade nicht, wer die gemacht hat. Ich vermute, das ist unter Pseudonym gemacht und ausbezahlt worden, weil so läuft das im Games-Bereich. Das hat auch was mit der GEMA zu tun. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Politik ist Lobbyarbeit. Das wissen wir alle. Lobby, Lobby, Lobby. Und wer die größte Lobby hat, hat die größte Chance, Dinge umzusetzen. Das ist ja auch nicht so weiter verwerflich. Das ist ein Gesetz. So läuft das eben. Lustig ist einfach nur, dass die Kreativen diese Lobby nicht haben. Also anscheinend nur durch diese Initiative Urheberrecht, sagt zumindest auch Heiko Maas. Wir haben ja nur die, mit denen spricht er und sie haben trotzdem keine Stimme und finden sich nicht wieder in der neuen, in der jetzigen Fassung vom März. Was ich einfach nur mal zu bedenken geben will. Oder? Ich weiß nicht, ob Sie sich durchgängig nicht wiederfinden. Ich kenne viele Musiker, ich kenne vor allen Dingen viele Schriftsteller, die deutlich gemacht haben, wir werden keine Vorschüsse mehr bekommen von unseren Partnern, wenn wir auf ein Fünfjahresrückrufrecht gehen. Wir leben von diesen Vorschüssen. Wir wissen alle, dass von zehn Investments nur eins trägt, aber alle anderen meistens über Vorschüsse mitbezahlt werden. Ich glaube, aus meiner Sicht, wenn der Justizminister und die Kulturstaatsministerin in einer anderen Sache einen Brief von Herrn Oettinger schreiben, da ging es um das Verfahren Reprobell und sagen, lieber Kommissar, bedenke doch bitte, dass die Finanziers, die Partner und die Künstler, ich glaube, da fiel sogar das Wort, in einer symbiotischen Beziehung steht. Achte da drauf. Dann ist es, glaube ich, auch ein Ansatz, darum zu kämpfen, dass man da zueinander kommt, weil ich glaube, dass die Diversifikation und das scheinbare Gegeneinander insofern an der Realität herbeiführt, weil es ja immer noch ein Akt von Freiwilligkeit ist, sich einem Label anzuschließen, zu einem Verlag zu gehen. Und wir alle wissen, dass unabhängig von diesem Akt der Freiwilligkeit und der unendlichen Möglichkeiten der Selbstvermarktung im Netz, diese Partnerschaften, weil es auch investive Partnerschaften sind, weil sie damit zu tun haben, dass leidenschaftlich an die Entwicklungsfähigkeit von Künstlern geglaubt wird, mit Geld unterfüttert, eine sehr, sehr wesentliche Rolle für die Geschäftsentwicklung spielen. Deshalb meine, bevor ich sage, alle noch mal, was muss geschehen, Frage, wir erleben ja gerade in Amerika, wie da ein ganz großer Block aus Künstlern, aus Labels, aus allen Beteiligten auf die Politik zugehen und sagen, wir, die Kreativen, von denen, die ursächlich dafür verantwortlich sind, von denen, mit denen wir es zusammen machen, wir brauchen Veränderungen in dem Bereich. Das wäre doch auch mal eine Aufgabe, die man hier hinkriegen könnte, als ständig Gegensätze an der Stelle zu betonen, weil wir ja in einer Phase des Ausgleichs kommen und vor allen Dingen, ich war also auf einen Nachbarverband, den Bitkom, da sind die Gegensätze sozusagen systemimmanent, trotzdem tritt man da als technologischer Komplex äußerst einig auf, sonst gäbe es nicht diese Entwicklung auf europäischer Ebene, sonst gäbe es auch nicht diese Debatte, die wir gerade beim TMG spüren, wo es ja scheinbar schon so eine Sache ist, überhaupt Illegales zur Rechenschaft zu ziehen, immer mit dem Argument, dann kann sich die Technologie nicht weiterentwickeln. Das ist mein Petitum an dieser Stelle, aber jetzt noch mal ihr und euer Petitum, was muss passieren, dass wir in dieser Sache als Ganzes, und damit meine ich auch, hinsichtlich einer gemeinsamen Wertschöpfung weiterkommen, wenn wir über digitale Ökonomie reden, glaube ich, ist eine alleinig technologisch ausgerichtete digitale Ökonomie auch nur halb so umsatzstark. Wir brauchen die andere Seite, wir brauchen die Inhalte. Ihr Schlusswort, Dr. Käseberg, was müssen wir tun? Oder was müssen Sie tun? Eine ganze Menge offenbar. Nein, also wenn ich einen Punkt rausgreife, weil die Veranstaltung ja auch unter dem Stichwort Verantwortung im Internet und Stichwort Telemediengesetz oder auf europäischer Ebene E-Commerce-Richtlinie fällt. Es ist sicher richtig, dass zu den großen Gewinnchancen, die die Plattformen wie YouTube haben, dass dazu auch Verantwortung als Kehrseite gehört und dass der Rechtsrahmen diese Verantwortung auch herstellen muss. Nach unserer Überzeugung war die Haftungsregelung für Host-Provider so, wie wir sie jetzt an den Bundestag gegeben werden, ein guter Kompromiss. Aber wie gesagt, das sind eben schwierige Debatten, weil man da eben immer die unterschiedlichsten Interessen von Verbrauchern, die vielleicht ein Stück weit an diese kostenlose Kultur über die Jahre gewöhnt worden sind, von Künstlern, Verwertern, wirklich zusammenkriegen muss. Und das ist, würde ich sagen, unser Hauptjob. Ansonsten, wenn man das Thema noch ein bisschen weiterzieht, jetzt jenseits von Plattformen, glaube ich, ist der Hauptjob der Politik in Deutschland, natürlich Kultur, Kreativwirtschaft weiter zu fördern. Stärker, glaube ich, noch mit tradierter Wirtschaft zusammenzubringen. Und insgesamt, wie Sie es gesagt haben, die Debatte über Digitalpolitik hat, glaube ich, jetzt die letzten zwei, drei Jahre ganz enorm an Fahrt gewonnen. Und wir sind jetzt eigentlich in einem Zustand, wo wir alle halbwegs informiert auch miteinander reden können. Und die Probleme, würde ich sagen, relativ klar auf dem Tisch liegen. Also insofern wäre ich nicht so pessimistisch im Sinne von, wie kriegt man da die Einzelnen, die Netzpolitiker und die Wirtschaftspolitiker und andere zusammen. Ich glaube, die sprechen mittlerweile miteinander, weil die Probleme eben ganz konkret da sind und gelöst werden müssen. Konrad von Lönasen, kurz, knapp, eindeutig. Okay, knapp. Ich will einfach in die Situation kommen, dass ich, was ich will in die Situation kommen, ich will weiter ehrlich mit meinen Künstlern, den Vertretern meiner Künstler zusammenarbeiten. Ich will aber auch eine Garantie haben, dass meine Musik nur da oder die Musik, die ich eben für meine Künstler auswerte, einfach nur da stattfindet, wo ich das auch will oder wo ich eine Möglichkeit habe, eben eine kollektive Rechtewahrnehmung oder eine separate Lizenzierung abzuschließen. Das hatte ich ja, glaube ich, vorhin in meinem Vortrag schon gesagt. Für alles andere haben wir dich. Katja. Ich habe es ja eigentlich auch schon gesagt. Wir wollen auch, dass die Künstler und auch die Musikunternehmen von dem, was sie tun, leben können. Und ich bin auch manchmal ein bisschen deprimiert, wenn ich mitbekomme, dass es anscheinend nicht möglich ist, mit den Riesen Google, YouTube, Facebook und so weiter zu sprechen. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Das könnte nur bedeuten, dass die Lobby noch größer ist als all eure Lobbys. Vielleicht. Ist so, ne? Siehste? Tja, dann muss man halt eine noch größere Lobby bilden. Muss der Bundesjustizminister noch mal ein paar Leute zusammenholen. Weil es ist, also ich habe selber mit Google natürlich, wir haben auch ab und an mal Gespräche und auch mit YouTube und so weiter. Das ist schon, also es zieht dir die Schuhe aus, was da für ein Bewusstsein ist. Oder auch, wenn es so, man könnte ja auch mal sagen, gebt doch was zurück für den Nachwuchs. Aber da kommt sofort, wir haben überhaupt kein Geld. Also gar kein Geld. Wir können euch gar nicht, also gar nicht, wirklich nicht. Keine Ahnung. Schade. Scheint irgendwie, also man, das ist irgendwie ein bisschen deprimiert, aber weil wir ja nicht deprimiert sind und unsere Branche das auch gar nicht zulässt, gucken wir natürlich nach vorne und reden weiter mit dem Bundesjustizminister und allen Lobbys dieser Welt, um vielleicht eine, die größte Gegenlobby aufzubauen. Rolf Bude. Ich finde zunächst mal, ich glaube, das ist viel zu kurz geworden, ich finde diese digitale Agenda sehr gut, wenn ich das mal sagen darf. Und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Wir werden dann vielleicht nachher noch ein paar Worte darüber wechseln können. Ich glaube, das ist einfach die Zukunft. Wir haben das Problem, dass unsere 400 Mitglieder des Verbandes, wir sind alle mittelständisch, klassische KMUs, eben die mit Sicherheit diese Hilfe auch im digitalen Bereich brauchen. Wir müssen unglaubliche Zahlen bewältigen, wir müssen unglaublich abrechnen, je mehr wir in diesen digitalen Bereich hineinkommen. Das sind Themen, da muss unser gesamter Bereich sich komplett umstellen. Da brauchen wir wirklich Hilfe, gar keine Frage. Das ist etwas, wo wir auch zusammenarbeiten müssen. Wir haben nächste Woche unsere Mitgliederversammlung hier in Berlin, da wird dieses Thema einen sehr großen Bereich einnehmen. Und da ist meines Erachtens dieses Punkteprogramm sehr gut und ein guter Schritt. Ich finde auch gut, dass wir beide als Verbände uns dauerhaft zusammensetzen. Wir müssen auch das Problem in den Griff bekommen, der Daten, damit die Spotifys dieser Welt endlich mal auch richtig abrechnen können. Das ist nach wie vor ein gewisses Problem, wo ich glaube, sowohl wir, was die Werktitel angeht, als auch die Industrie mal sich hinsetzen muss, um eine gemeinsame Lösung zu finden, damit diese Ausreden, wenn ich das mal sagen darf, auf der Abrechnungsseite keinen Platz mehr greift. Wenn wir das schaffen und ich glaube, da sind wir auf dem Weg, das mal in die Hand zu nehmen, dann haben wir schon ein großes Stück Wege übergegangen, aber wir benötigen da die Hilfe des Ministeriums auch noch. Ich glaube, dass wir bei der Frage der Digitalisierung vor allen Dingen auch, was die Frage eines europäischen Urheberrechts uns von dem Prinzip leiten lassen müssen, es muss zustimmungsfrei und vergütungspflichtig sein. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Zustimmungsfreiheit im Sinne von Demokratie ausweiten, weil das Internet Chancen an der Demokratie betrifft und die soziale Perspektive ist, wie können die Lebenslagen der Künstler, der Kulturschaffenden vor allen Dingen gestärkt werden. Und da teile ich die Auffassung von Dieter Gorni zu sagen, die Digitalisierung ist weder etwas Gutes noch Schlechtes an sich. Es ist ein ambivalenter Prozess, der sozial und demokratisch gestaltet werden muss. Und das ist unsere Aufgabe als Politiker, der eben zu versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden. Aber wir schaffen das nicht alleine. Es muss Druck auch außerparlamentarisch entwickelt werden. Es muss eine Veränderung des Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürgern für die Sensibilität der Kulturschaffenden auch stärker geweckt werden. Und das wäre meine Aufgabe als Europaabgeordneter, vor allen Dingen auch, die ich in dem Sinne sehe, da mitzuwirken. Und im konkreten Gesetzgebungsprozess sind wir leider jetzt in der Situation ein Stück weit abwarten zu müssen, welche Vorschläge die Kommission macht. Und da steht jetzt konkret die Frage der Portabilität als, ich würde es schon fast sagen, mehr technisches Problem auf der Tagesordnung. Aber es wäre ein erster Schritt, um hier auch zu einer europaweiten, vernünftigen Regelung zu kommen, um hier die Tür zu öffnen, um hier dann eben auch sowohl den Interessen der Kulturschaffenden als auch der Nutzer entsprechend Geltung zu verschaffen. Das wäre die wichtige Aufgabe, der ich mich als Europaabgeordneter dann eben auch stellen möchte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zwei Punkte zum Schluss noch festhalten, die wichtig sind. Diejenigen, die hier mit Musik zu tun haben, und das ist hoffentlich die Mehrheit, sollten sich immer wieder klar machen, wir haben als eine der wenigen Branchen, die mit Digitalisierung konfrontiert sind, kein Produktproblem. Die Menschen wollen Musik, sie brauchen Musik. Wir haben vielleicht ein Distributionsproblem, ein Entwicklungsproblem, das sollte uns Ansporn sein, diese Erfahrung auch einzubringen in den Prozess und ausgehend davon auch, das zu entwickeln, was wir brauchen, um diese Lobbys zu entwickeln. Denn zweitens, alles, was in Zukunft Wert hat, sind Daten. Ob es eine Musikdatei ist, die illegal verwendet wird, oder ob es Nutzerdaten sind, die irgendwo in der Gesundheits-App stecken. Diejenigen, die sich am kompetentesten in diese Datendebatte einmischen können, die eine sehr komplexe im politischen Bereich ist, werden auch am leichtesten eine Lobbybildung für ihre speziellen Interessen erreichen. Das war heute der Versuch eines ersten Trainingsschritts, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und sollten das weiter trainieren, denn die Sache, die Musik und auch die Kultur- und Kreativwirtschaft ist es wert. Haben Sie vielen Dank. Entschuldigen Sie noch mal den disruptiv-fraktalen Verlauf dieses Vormittags und freuen Sie sich umso mehr auf ein hoffentlich geschlossenes, gut komponiertes Mittagessen. Guten Appetit. Applaus Guten Appetit. Guten Appetit. Vielen Dank.